Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Seit einer Woche streiken die Mitarbeiter des Universitätsklinikums Gießen und Marburg. Mit der größten Gewerkschaftsdemonstration seit vielen Jahren unterstrichen sie am Freitag in der Marburger Innenstadt eindrücklich ihre Forderung, nach einem Tarifvertrag Entlastung. Die Auftaktkundgebung fand auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Beim Zug durch die Innenstadt schlossen sich dann immer mehr Menschen an. Bei der Abschlusskundgebung waren es nach Polizeiangaben mehr als 3000 Demonstranten, Gewerkschaftsvertreter sprachen von 4000, in jedem Fall war es die größte Tarifkundgebung seit den 70er-Jahren. Verdi hatte der Klinikleitung mitgeteilt, dass der Ausstand bis über Ostern fortgesetzt werden könnte, falls es nicht zu einer Einigung kommt, worauf die Klinikleitung mit Unverständnis reagiert hatte. Die Verhandlungen gehen am Dienstag weiter und betreffen die mehr als 7000 nichtärztlichen Beschäftigten des privatisierten Uniklinikums, das insgesamt rund 9600 Mitarbeiter hat. Eine Einigung am Dienstag liege allerdings im Bereich des Möglichen. Trotz hohem Wasserstand und starker Strömung haben die Hilfsorganisationen THW und die LRG am Samstagvormittag die Pontonbrücke über die Lahn, die Arno-Riedelbrücke, ehrenamtlich aufgebaut. Sachgebietsleiter Uwe Schlierbach sagt, ich lenke seit elf Jahren den Autokran, um die 35 Tonnen Stahl, Aluminium und Glas auf die Lahn zu setzen. Solch eine Strömung und solch einen hohen Wasserstand hatten wir noch nie. Die Behelfsbrücke verkürzt von Frühjahr bis Herbst den Weg von der Kolzesteranlage zur Einkaufsstraße Langgasse. 1975 wurde die Brücke erstmals für den Hessentag aufgebaut. Die Brücke erhielt ihren Namen im Jahr 1986 vom THW-Helfer Arno Riedel, der die erste Version konstruiert hatte. Das Bauwerk ist rund 25 Meter lang und wurde zum Hessentag 2012 komplett erneuert. Auf dem Gelände des THW in der Spillburg bezieht sie jedes Jahr ihr Winterquartier. Von dort wurde sie jetzt zurück an die Lahn geholt. Wir gehen in den Kreis Limburg-Weilburg. Die Gemeindevertretung hat mit 14 Jahrstimmen und einer Gegenstimme für den Kauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet Weinbach gestimmt, einstimmig für die Bereitstellung von 3000 Quadratmeter für die mögliche Aufstellung von Wohncontainern für Flüchtlinge durch den Landkreis Limburg-Weilburg. Laut der Beschlussvorlage wird die Gemeinde Weinbach das Grundstück im Gewerbegebiet Weinbach für einen Gesamtkaufpreis in Höhe von 158.880 Euro, zuzüglich etwaiger Nebenkosten, kaufen. Hierfür genehmigt die Gemeindevertretung eine damit verbundene über planmäßige Ausgabe in Höhe 100.000 Euro. Die Deckung würde aus bestehenden Haushaltsmitteln des laufenden Haushalts kommen. Sehr zufrieden mit dem Ergebnis zeigte sich die Bürgerinitiative Fürfurt. Sie begrüßte die Entscheidung der Parlamentarier, das Grundstück im Gewerbegebiet für die Aufstellung von Wohncontainern und die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Auch am Sonntag gab es Hochwasser in Hessen. Bereits Samstag brachte das von Nordwesten kommende Tiefteils ergiebige Dauerregen. Das teilt das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mit. Meldestufe 1 bedeute Gewässer randvoll gefüllt, erste Uferbereiche überflutet, erläuterte eine Sprecherin. Langgöns bereitet sich bereits auf das Hochwasser vor, wie die örtliche Feuerwehr mitteilte. Die Wasserstände im Lahngebiet haben sich am Sonntag auf hohem Niveau befunden, heißt es auf der Seite des Henuk. An den Nebengewässern der Lahn wie Worra und Salzböde seien die Scheitelpunkte fast erreicht, bzw. überschritten. Das Hochwasser verlagere sich zunehmend von den Nebengewässern Richtung Lahn, dort steigen die Wasserstände weiter an. In Leun und Gießen ist die Meldestufe 1 schon am Samstag erreicht worden. In Leun steigt das Wasser nur noch leicht an. In Gießen ist mittlerweile Meldestufe 2 erreicht, der Wasserstand stagniert. Die L 33 59 zwischen Heuchelheim und der Wetzlarer Straße ist wegen Überflutung gesperrt. Der Pegel an der Lahn in Marburg hat am Sonntag noch Meldestufe 1 erreicht. Nach einer Abseilaktion auf der A3 in der Nähe von Hofheim kämpfen zwei jeweils 23 Jahre alte Frauen gegen eine Verurteilung zu sieben Monaten Bewährungsstrafe. Das Landgericht Frankfurt verhandelt heute gegen die Aktivistinnen aus Gießen in der Berufungsinstanz wegen Mütigung. Die Abseilaktion ereignete sich im Oktober 2020 als Protest gegen den Autobahnbau im Dannenröder Forst in Oberhessen. Die betroffene Autobahn musste infolge der Räumungsmaßnahmen mehrere Stunden voll gesperrt werden, was kilometerlange Staus nach sich zog. Das Amtsgericht Frankfurt sah beide Angeklagte im März vergangenen Jahres deshalb der Nötigung für schuldig und verhängte die Bewährungsstrafen. Die Berufungsstrafkammer hat für die neue Verhand vorerst zwei Verhandlungstage terminiert. Von diesem Montag an können Fahrgäste das ab Mai bundesweit gültige 49 Euro Ticket für den Nah- und Regionalverkehr kaufen. Verkauft wird das sogenannte Deutschland-Ticket online, auf den Internetseiten und Apps der jeweiligen regionalen Verkehrsunternehmen sowie der Deutschen Bahn, außerdem in den Kundenzentren vor Ort. Es wird als Chipkarte oder Handyticket ausgegeben. Das Abo kostet 49 Euro pro Monat. Es kann monatlich gekündigt werden und verlängert sich ansonsten automatisch. Mit dem Angebot wollen Bund- und Länderfahrten im öffentlichen Verkehr attraktiver und erschwinglicher machen. Es gilt als Nachfolgelösung für das im vergangenen Sommer für drei Monate eingeführte 9-Euro-Ticket. Insbesondere Pendlerinnen und Pendler sollen dauerhaft profitieren. Nach monatelangem Ringen hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Kosten für das Ticket je zur Hälfte zu tragen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Gude Mittelhessen? Am Mann savingen die Zeitung, Wiesbadener Kurier, Einstrahl und Einstrahl.